Polizeiberichte Berlin 22. September 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Nummer 1737 Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 22-jährige Autofahrerin gegen 21.30 Uhr unter den Linden unterwegs gewesen sein. Als sie verbotswidrig nach links in die Niederlagstraße abzubiegen versuchte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 18-jährigen Motorradfahrer. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt versucht haben, den Rückstau unter den Linden verbotswidrig rechtzeitig auf der Busspur mit überhöhter Geschwindigkeit zu überholen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste wegen multipler Knochenbrüche notoperiert werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Bericht Festnahmen bei Verkehrskontrolle Nummer 1738 Drei Strafanzeigen, ein sichergestelltes Fahrzeug sowie die Beschlagnahme von rund 70.000 Euro und vier Mobiltelefonen ist die Bilanz der Überprüfung eines Fahrzeuges gestern Nachmittag in Schöneberg. Die Besatzung einer Streife der Verkehrspolizei hielt kurz nach 17 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen hochwertigen Bentley in der Martin-Luther-Straße an. Bei der Aufnahme der Personalien machte der 28-jährige Fahrer falsche Angaben, weil er mutmaßlich davon ablenken wollte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da auch die Eigentumsverhältnisse zu dem Fahrzeug nicht geklärt werden konnten, sollte der Wagen durchsucht werden. Dies versuchte der Beifahrer dadurch zu verhindern, indem er nicht aussteigen wollte. Als die Einsatzkräfte, die zwischenzeitlich von zwei Funkwagenbesatzungen der Polizeiabschnitte 41 und 42 unterstützt wurden, den Mann aus dem Auto ziehen wollten, wehrte er sich und schlug gegen deren Hände. Mit erheblichem Kraftaufwand wurde der 29-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Bentleys fanden die Einsatzkräfte das Geld und die Telefone. Da beide Männer keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnten, wurde dieses beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Zudem erfolgte wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse die Sicherstellung des Wagens. Das festgenommene Duo kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und konnte anschließend seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der Autofahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sein Kompagnon wegen tätlichen Angriffs auf Vollschreckungsbeamte verantworten. Zwei Einsatzkräfte klagten über Schmerzen und Hautabschürfungen, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung und konnten den Dienst weiter ausüben. Die Ermittlungen dauern an. Bericht Mit Luftdruckgewehr in den Innenhof geschossen Nummer 1739 Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen gestern Abend einen Mann in Prenzlauer Bergfest. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, kurz nach 18 Uhr mit einem Luftdruckgewehr auf eine 20-Jährige im Innenhof eines Wohngebäudes an der Prenzlauer Allee Ecke Wichertstraße geschossen zu haben. Die junge Frau erlitt dabei eine Schwellung am Hinterkopf. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde auch bekannt, dass sich die 20-Jährige bereits gegen 14.30 Uhr im Innenhof aufgehalten hatte, plötzlich Schmerzen am Oberschenkel verspürte und kurz darauf ein Hämatom feststellte. Dies konnte sie sich jedoch am Nachmittag noch nicht erklären. Eine medizinische Versorgung benötigte sie zunächst nicht. Nach dem Einholen mehrerer Zeugenaussagen, der Alarmierung des Spezialeinsatzkommandos und einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung wurde die zwischenzeitlich lokalisierte Wohnung in der vierten Etage gewaltsam geöffnet, der Verdächtige überwältigt und festgenommen. Dabei erlitt er eine Platzwunde an der Stirn sowie eine Prellung an der Brust. Zudem verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Rettungskräfte versorgten ihn in der Wohnung und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt, da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von knapp drei Promille ergab. Anschließend konnte der 52-Jährige nach Hause. Dort beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Waffe sowie der zugehörige Munition. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Bericht In parkende Autos geprallt Nummer 1740 Ein Autofahrer prallte gestern Abend in Gesundbrunnen mit einem Wagen in mehrere geparkte Fahrzeuge. Gegen 22 Uhr befand sich eine Besatzung eines Funkwagens in der Schwedenstraße im Einsatz, als ein aus Richtung Koloniestraße heranfahrender Opel nach rechts von der Fahrbahn abkam, nacheinander in geparkte Autos prallte, sich anschließend um die eigene Achse drehte und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Die Einsatzkräfte hielten die beiden Insassen im Alter von 20 und 21 Jahren an und stellten deren Identitäten fest. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 21-jährige Autofahrer nicht vorweisen. Im Fahrzeug und in der Bekleidung der beiden Tatverdächtigen fanden die Polizisten, nach einer Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft, mehrere gefälschte Rezepte und Medikamente sowie geringe Mengen Haschisch und beschlagnahmten diese. Ebenso das Fahrzeug. In der Wohnung des 21-Jährigen fanden Einsatzkräfte weitere Rezepte sowie ein verbotenes Messer. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden mutmaßlichen Rechtsbrecher ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Abkommen von der Fahrbahn, dauern an.